6 Uhr Helm, easy Ah, nee Ich geh mal lieber runter Scheiße, wir fahren jetzt mal ganz kurz Geppen bringen auch nicht so viel Tfp als Rumlauf Was ist da für die Perl? Ach, hab ich noch nen Zuckerrohr? Fuck, ich muss versuchen das anzubauen Das ist ja ultra arsch Okay Wenn das nicht so viel Tfp hinterher ist Ich will wenigstens dir aus. Ich könnte P1-Schuh nehmen. Nice. Das so machen. Die Atomkate. Und dann noch die Schuh. Die Atomkate. Die Atomkate. Die Atomkate. Deine Atomkate. Die Atomkate. Die Atomkate. und damit ein Schuss auf die Kanteil Vielen Dank. Ich brauche kein Gold, ich brauche dir das. Jetzt war hier schon jemand. Verfickt der Scheiße, Mann. Jetzt haben wir die Scheiße. Ich brauche das Ganze. 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 Das war's für heute. ja die selbe cave, meine güte aber auch die jahres mein anderes hier vergesst, ich bin das ich bin das Okay. Okay. Oh, ja. Oh, nein. Die ist gebrannt. Oh, ja. Fully perter Helm. Ah, jetzt hab ich bisschen die Dura wieder runtergemacht. Uhhh. Ist das Arsch. Ist eigentlich Ultraarsch. Man, ich würde nur noch ein Kill haben, man. Zwei Kills. Zwei Kills, man. Wenigstens, bitte. Ist mir auch so egal, ob ich da nach Train Builder gekillt werde. Für wenigstens zwei Kills. Ne, ich nehme jetzt kein Gold mehr mit. Das reicht mir langsam. Nicht so viel Gold. Braucht ihr's? Meine Güte. Ja. 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 Boah. Ja. 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 vielleicht kann ich in nächster Folge mit Äpfel farmen 10 level das gold nehme ich mit auch noch die Bärschuhe wieder die Bärschuhe 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 dass wir jetzt meine Steel Spararmas auf P4 machen dicke es wird halt Arsch viel kosten meine jetzige Amor für P4 zu machen ultrabehindert ja vielleicht mach ich noch einen Kill soll ich hochkühlen obwohl ich mach doch meine chestblade ich bin mal kurz zurück nächste Folge kann ich nach oben gehen ich bin mal kurz zurück